Musik Musik Und das Projekt braucht ein Projektleiter, das ist Herr Sebergs, hallo Ja und wenn ich die Herren alle vorgestellt habe, dann ist klar, es fehlen noch zwei ganz wichtige Personen, liebe Zuschauer und es fehlt dazu natürlich noch das ganz besondere etwas, erstmal der erste Herr, der jetzt gleich reinkommt und noch fehlt, das ist kein geringer als der Leitervertrieb und Marketing Mercedes-Benz Kars Dr. Joachim Schmidt und begleitet von der 26-maligen deutschen Meisterin der Rhythmischen Sportgymnastik Magdalena Brechka und natürlich eben SRK 350, das Sieger-Auto. Musik 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 Unsere Janice Jock will animieren. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Magdalena, das Spiel für Magdalena. Ich darf ganz kurz, ich gucke vor, ich ändere erst mal ein bisschen, Dr. Schmidt und Magdalena muss ich ganz kurz eine Frage stellen. Ihr habt vorhin schon gesprochen, Magdalena. Da war die Tochter im Turnier, im Finale, im Tennis-Finale, die spielt nicht. Hat sie es gewonnen? Ich habe es gewonnen. Na dann noch mal Applaus. Halt mal, da haben wir den Tennis-Fan. Bitte schön. Und dann nehmen wir los mit der Ehrung des Finalisten. Das ist ja immer so ein bisschen, ja, das klingt so negativ, ne? Der Zweitplatzierte, der Runner-up. Aber wenn man eine Turnierwoche bestreitet und steht in einem Finale, dann ist das, wie ich finde, trotzdem irgendwas Großes gewesen. Und deshalb, Gratulation auch zum zweiten Platz aus Argentinien, Juan Monaco. Das ist ja immer so. Also es gibt was zu trinken und man muss noch erwähnen, er darf sich mit dem Trostpflaster von 34.000 Euro schmücken. Vorhin, ganz kurz. Wir wollen ein kurzes Interview machen. Real quick. Ich weiß, du kannst dich ein bisschen entschuldigt werden. Aber ich habe gerade gesagt, du hattest eine schöne Woche, in der Finale, das ist ein Achievement. Vielleicht kann er für uns ganz kurz mal zusammenfassen, wie er das Finale so erlebt hat, gegen einen Mann, der eigentlich schon im zweiten Satz durch war, und dann ist er zurückgekommen. Und er hat gestern dieses verrückte Match im Halbfinale gespielt, wo er eigentlich schon in der Dusche war, und dann musste er lange kämpfen. So, was du denkst, was du denkst? Ich meine, es war ein Comeback von dir, considering the match you played there yesterday, which was the other way around. So, how do you think? No, I think we played a good match today. I fight a lot on the second set. He, I don't know, he gets a little bit nervous, I guess, because he was, he was still up in the second set, but on the final set, he played better than me. He deserved to win, so Janko, so in this tournament, so in the car, so in your family, wife, friends, team, I don't know, and I'm glad you're a good one for me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So they want to promise to come back next year, right? And then maybe he's got to come. Let's see, let's see. It's a good year. Let's see. Let's see. But it's, it's a goal, you know. He's here, so thank you. Let's see. Okay, I think he'll be back. Also, I think he'll come back. Thank you again, Juan Monaco, the 2nd player. And then I'm going to call him and here, the 1st champion, I found him, I think he's a good big champion for the Mercedes Cup 2012, because he's really through this tournament, I've asked him the one of the people who do this with the mental strength to go through. He managed it again. Und er hat auch den Rückstart oder den Rückschlag nach diesem 4-0 im zweiten Satz dann doch wieder locker weggeschickt im dritten Satz. Der Sieger 2012 im Mercedes-Benz, Janko Tim Saberic. Der ist der Trophy. Also die Trophäe wird übergeben vom Turnierrechter Edwin Weindaufer. Was ganz Besonderes. Sie haben von einem Steinmetz extra angefertigt. Tolles Ding. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Bis heute. Danke. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist das Wünste, was du jetzt persönlich für den jetzt noch mal eintragen. In Form eines Shakes. Okay, danke. Danke schön. Jetzt wollen wir natürlich gleich auch das Interview machen. Aber zunächst noch... Oh ja, wir brauchen Champagner. Herr Baumann bitte. Einmal noch die Flasche. Er muss noch anstoßen heute abends. Mit der kompletten Crew. Janko. We'll do an interview later on. But first of all, there's an important part. If you look to your left. Also wenn er nach links guckt, sieht er, dass da was wichtiges ist. Und deshalb kommen wir jetzt zur Fahrzeugübergabe. Mitverfahren und das Ganze durchgeführt von Herrn Dr. Joachim Schmitz. Ja. Janko. Ja. Ja. Da wird die Überladung bleiben. War hier. Also er wird natürlich kurz angeleitet. Neues Auto. Man weiß ja nie genau. Technik wird auch immer moderner. Ich geh ganz kurz mal rum und stell dir die schnelle Frage. Ich glaub das müssen wir vorziehen. Ich muss sagen, dass es mich ja aufmacht. Janko. Das ist irgendwo vom Kampfer raus. Jetzt sind Kampfer raus. Jetzt sind Kampfer raus. Der Ruhstag ist doch klar. Janko. 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 Janko hat mich vorgefallen. Janko. 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 손. Sie hat mich vor dem Tag vorgefallen. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Wahrscheinlich die meisten Unterstützung dieserheber. Also eine ganz wichtige Frage. Er hat nämlich dieses Auto im Interview gestern bei mir in seiner Frau versprochen. Jetzt wird ihn wissen, ob er das war vor его schon sein. Ich denke, gestern hierher Cruise hat das Auto bereitgestellt. Sind Ihr dichpflicht die deutscheキ Andrew bringt? Puckert nicht? Bin ich ein guter Mann oder bin ich ein guter Mann? Mt. Es war ihr Geburtstag und unser Einniversario ein paar Tage vorhin. Und ich habe eine Projekte, in zwei oder drei Wochen, in der ich werde den Helden, dass diese Auto-Daten geht zu meiner Liebe. So, wie geht's? Wann, 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 Wann? Wann, 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 Wann? Ich würde mal kurz ein bisschen Druck machen, genau. Viljana, come down. We're looking forward to seeing you here on the call and in the car. Also. We're looking forward to seeing you here on the call. We're looking forward to seeing you.